Hallo, schön, dass du mit dabei bist. Die letzten drei Räume sind online und wir können nach den neuen PowerCores suchen. Wir gehen in unseren Uhrmenü, auf Challenge, hier View All Rooms, View More. Hier sind die letzten drei Räume jetzt online. Wir fangen an mit Blade End. Viel Spaß. Wenn wir hier im Raum angekommen sind, müssen wir hier Blade einstellen. Dann geht die Tür hier auf, dann können wir durch dieses Portal. Wenn wir hier im Portal durch sind, müssen wir hier hinten rum. Da vorne sieht man das Päckchen schon. Gib, gib, gib. Yay. Weiter geht's mit RM Musical Chairs. Viel Spaß. Nach dem Ladevorgang müssen wir hier dran vorbei. Hier rein. Da sieht man das Päckchen schon. Wir müssen hier den Stuhl grabben. Dann können wir hier hinspringen. Yay. Zum Schluss gehen wir hier in Mörder Version 3. Viel Spaß. Da hinten auf dem Tisch sieht man's schon. Yay. Wenn ihr mal eine Frage habt oder ich mal irgendwas erklären soll, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, über ein Däumchen würde ich mich freuen. Tschüss und bye bye. Tschüss. 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 Tschüss.